Wenn man kurz davor ist, kurz vor der deutschen Staatsangehörigkeit, sagt man, macht man eine Kartoffelparty? Ja, aber ich kenne einen, der hat seine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und er hat eine Kartoffelparty gemacht. Das heißt, Kartoffelsalat, Kartoffelpuffer, gebratene Kartoffeln, alles was man mit Kartoffeln machen kann, hat er gemacht und die haben sich dann eine Kartoffelparty gemacht. Die Härtefallkommission stimmt über unseren Fall überein. Sie wollen, dass wir hierbleiben, sozusagen, aber der Insenator stimmt dagegen. Jetzt erzählen Sie mir mal, was der Grund ist, dass Sie hier zur Beratung kommen. Wir haben gehört, dass man irgendwie es schaffen kann, wenn man sich selbst finanziert, also man kann es schaffen, hier zu bleiben. Sie haben mich 2004 abgeschoben, wer stolz geblieben, wer schätzt, was...